Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein donnernd Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weiß sagen könnte und wüßte alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, also, dass ich Berge versetze, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und ließe meinen Leib brennen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir nichts Nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eiert nicht, die Liebe scheiket nicht, sie bläht sich nicht, sie stellet sich nicht ungebärdig, sie suchet nicht das Ihre, sie lässet sich nicht erbittern, sie gedenket nichts Arges, sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber der Wahrheit, sie vertraget alles, sie gläubet alles, sie hoffet alles, sie duldet alles. Die Liebe wird nicht müde, so doch die Weißsagung aufhören werden und die Sprachen aufhören werden und das Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser Weißsagen ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommen, so wird das Stückwerk aufhören. Da ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und war klug wie ein Kind und hatte kindische Anschläge. Da ich aber ein Mann ward, tat ich ab, was kindisch war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem tunkeln Wort, denn aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich's stückweise, denn aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkennet bin. Nur aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größeste unter ihnen. Strebet nach der Liebe, fleißiget euch der geistlichen Gaben, am meisten aber, dass ihr Weißsagen möget. Denn der mit der Zunge redet, der redet nicht den Menschen, sondern Gotte. Denn ihm höret niemand zu. Im Geist aber redet er die Geheimnis. Wer aber Weißsaget, der redet den Menschen zur Besserung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer mit der Zunge redet, der bessert sich selbst. Wer aber Weißsaget, der bessert die Gemeinde. Ich wollt, dass ihr alle mit Zungen reden könntet, aber vielmehr, dass ihr Weißsaget. Denn der, der Weißsaget, ist größer, denn der mit Zungen redet. Es sei denn, dass er's auch auslege, dass die Gemeinde davon gebessert werde. Nur aber, liebe Brüder, wenn ich zu euch käme und rede mit Zungen, was wäre ich euch nütze. So ich nicht mit euch rede, entweder durch Offenbarung oder durch Erkenntnis oder durch Weißsagung oder durch Lehre. Hält sich's doch auch also in den Dingen, die da lauten und doch nicht leben. Es sei eine Pfeife oder eine Harfe, wenn sie nicht unterschiedliche Stimme von sich geben. Wie kann man wissen, was gepfiffen oder gehafet ist? Und so die Posauna einen undeutlichen Ton gibt, wer will sich zum Streit rüsten? Also auch ihr, wenn ihr mit Zungen redet, so ihr nicht eine deutliche Rede gebet, wie kann man wissen, was geredet ist? Denn ihr werdet in den Wind reden. Zwar es ist mancherlei Art der Stimme in der Welt und derselbigen ist doch keine undeutlich. So ich nun nicht weiß der Stimme Deutung, werde ich undeutsch sein dem, der da redet, und der da redet, wird mir undeutsch sein. Also auch ihr, sind mal ihr euch fleißige der geistlichen Gaben, trachtet danach, dass ihr die Gemeinde bessert, auf das ihr volle Genüge habt. Darum, welcher mit Zungen redet, der bete also, dass er's auch auslege. So ich aber mit Zungen bete, so betet mein Geist, aber mein Sinn bringt niemand Frucht. Wie soll es aber denn sein? Nämlich also, ich will beten mit dem Geist und will beten auch im Sinn. Ich will Psalm singen im Geist und will auch Psalm singen mit dem Sinn. Wenn du aber segnest im Geist, wie soll der, so anstatt des Laien steht, Arm sagen auf deine Danksagung, sind mal er nicht weiß, was du sagest. Du Dank sagest wohl fein, aber der andere wird nicht davon gebessert. Ich danke meinem Gott, dass ich mehr mit Zungen rede, denn ihr alle. Aber ich will in der Gemeinde lieber fünf Wort reden mit meinem Sinn, auf das ich auch andere unterweise, denn sonst zehntausend Wort mit Zungen. Liebe Brüder, werdet nicht Kinder an dem Verständnis, sondern an der Bosheit seid Kinder, an dem Verständnis aber seid vollkommen. Anmerkend sei zu erwähnen, dass der eben genannte Vers in der Luther-Übersetzung von 1534 etwas ungünstig aufgefasst werden könnte. Deswegen folgt derselbe Vers jetzt noch einmal in der Schlachter-Übersetzung. Ihr Brüder, werdet nicht Kinder im Verständnis, sondern in der Bosheit seid Unmündige, im Verständnis aber werdet erwachsen. Und weiter geht es jetzt mit der Luther-Übersetzung von 1534. Im Gesetz steht geschrieben, Ich will mit anderen Zungen und mit anderen Lippen reden zu diesem Volk, und sie werden mich auch also nicht hören, spricht der Herr. Darum, so sind die Zungen zum Zeichen nicht den Gläubigen, sondern den Ungläubigen, die Weissagung aber nicht den Ungläubigen, sondern den Gläubigen. Wenn nur die ganze Gemeinde zusammenkäme an einem Ort und redeten alle mit Zungen, es kämen aber hinein Laien oder Ungläubige, würden sie nicht sagen, ihr wäret unsinnig? So sie aber alle weissageten, und käme denn ein Ungläubiger oder Laie hinein, der würde von denselbigen eingestrafet und von allen gerichtet, und also würde das Verborgene seines Herzens offenbar, und er würde also fein auf sein Angesichte Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch sei. Wie ist ihm denn nun, liebe Brüder? Wenn ihr zusammenkommet, so hat ein jeglicher Psalme, er hat Lehre, er hat Zungen, er hat Offenbarung, er hat Auslegung. Lasset es alles geschehen zur Besserung. So jemand mit der Zunge redet, oder zwei, oder aus meiste drei, eins ums Ander, so lege es einer aus. Ist er aber nicht ein Ausleger, so schweige er unter der Gemeinde, rede aber ihm selber und Gotte. Die Weissager aber lasset reden, zwei oder drei, und die anderen lasset richten. So aber eine Offenbarung geschieht einem anderen, der da sitzt, so schweige der Erste. Ihr könnt wohl alle weiss sagen, einer nach dem anderen, auf das sie alle lehren und alle ermahnet werden. Und die Geister der Propheten sind dem Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedes, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Eure Weiber lasset schweigen unter der Gemeinde, denn es soll ihnen nicht zugelassen werden, dass sie reden, sondern untertan sein, wie auch das Gesetze sagt. Wollen sie aber etwas lernen, so lasset sie daheim ihre Männer fragen. Es steht den Weibern übel an, unter der Gemeinde reden. Oder ist das Wort Gottes von euch auskommen? Oder ist's allein zu euch kommen? So sich jemand lässet dünken, er sei ein Prophet oder geistlich, der erkenne, was ich euch schreibe, denn es sind des Herrn Gebot. Ist aber jemand unwissend, der sei unwissend. Darum, liebe Brüder, fleißiget euch des Weichsagen und wehret nicht mit Zungen reden. Lasset alles züchtiglich und ordentlich zugehen. Wenn du den Weg gehen möchtest, der für dich gemacht ist, dann lauf los. Wenn du laufen kannst, dann würde ich die Wahrheit von der Lüge freimachen. Nur so erhältst du ein Leben mit Sinn. Doch bitte beachte, vor dir liegt ein Labyrinth für deinen Geist. Bleibe auf dem geraden Weg, dann kannst du dich nicht verlaufen. Nur der gerade Weg führt dich zur Wahrheit und zum Leben. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de Und dann kannst du dich nicht verlaufen. estát nicht verlaufen. braucht dich nicht verlaufen. hace기는 Questo sind stimulatest du Tei verlaufen. Hoşaisiaesta Vielen Dank.